...Argentina... ...angefügt von einem ehemaligen Konzentspieler... ...Martin Heike... ...den Teamche... ...Argentina... ...die Argentinische Nummer 4... ...wenn er begrüßen Sie... ...El Buardo... ...Schwank! Applaus... ...Argentina... ...Nummer 3... ...ein Klang voller Narbe... ...Applaus für... ...Dame Schnall-Bandier! ...Applaus... ...Hallo... ...Applaus... ...Ein Klang voller Narbein! Und jetzt noch ein Applaus für das Davis-Kartier aus Argentinien. So, jetzt kommt unsere Jungs!